Wir bleiben dabei, wirklich jetzt noch zwei Wochen nicht entschieden, das ein bisschen langsamer zu machen, dass die Leute auch genug Zeit haben, wenn sie weg waren oder sowas, da wieder mitzukommen. Außerdem für mich selber ist das gut und für die Leute, die regelmäßig teilnehmen, ist es auch gut, diese einzelnen Abschnitte mehr zu vertiefen. Ich weiß, am Anfang will man da schnell durch, alles lernen und wir lernen, lernen und üben, üben. Also dieses Umschalten ist enorm wichtig, von dem Machen und Tun zum Ich bin jetzt hier, bin freundlich, aufmerksam und gelassen mit mir und das Einzige, was ich immer weiter lerne, ist Körperwahrnehmung. Das sind die Hauptaspekte und von daher dieses, ich will das jetzt fertig machen und ich will das lernen und so, das ist genau das, was quasi entspannen muss. Ich wünsche mich über Jak 50, oder acke. Das ist mein Zufall, ich will das l Buch sein. Vielen Dank.